Und damit willkommen bei einer weiteren Runde Zocken mit den Mädels. Heute sind wir mal entsprechend nur zu viert, aber die Mädels sind da, das ist schon mal ganz gut. Und zwar ist dabei Firebug, Cephil, Vivox und irgendein Crazy Frost, den ich nicht kenne, aber wir haben ihn einfach mal mitgenommen. Und ich bin mal wieder mit hier im Jungle. War das jetzt gut? Ja. Du hast deine Trauer aufgrund von Simons Entscheidungen gut überspielt. Okay. Hast du fein gemacht. Eine Trauerminute. Erstmal. Genau. Na guck mal, der Crazy Frost ist zumindest auch Silber. Nimm die ganze Zeit, auf den Hugo zu gucken. Auf was? Achso, den Hugo. Oh. Willst'n trinken? Drück mal den Hugo in der Hand und mein erster Gedanke ist, oh, da wird sich Cati freuen. Ich glaube, ich nehme mir ein Stück Schokolade. Das ist ungesund. Das ist ungesund. Das ist gut fürs Geil. Oh, what the fuck? Ich denke nicht. Niki, äh, wenn wir grad sagen, wenn Niki haut kann, das ist echt wichtig. Niki, bleib mal stehen. Was? Bleib mal stehen. Ganz ehrlich, ich glaub nicht. Das Kältchen ist so hübsch. Ey, jetzt ist er aufwegzumachen. Ich hab dich, ich hab dich umgedreht, damit du mich von hinten siehst. Guck mal, da ist ein kleiner Zombie auf meinem Rucksack drauf. Siehst du das? Ja, das ist von ihm. Oh. Und, und, und mein Tibbers ist auch ein Zombie. Siehst du das? Ja. Der ist ein Frankenstein. Ein Frankenstein, genau. Aber ich fühl's das mit Satellband und Spitze und so richtig süß nach. Ja, heißt ja auch Franken-Tibbers. Ja, Mann. Nur die Haare sind ein bisschen sehr krass. Ja, die Wick, das könnt, also halten wir die super mit, äh... Könnt ihr mit meinen Haaren machen? Ah, da fährt jetzt Volumen. Aber es gibt ja Bauschaum. Bauschaum? Simon, hast du jetzt nie wieder irgendwas Süßes? Kannst du dich denn eigentlich? Ich hab den Champion noch nie gespielt. Auch wenn du auf irgendwelchen Sachen, also bei Feiern bist oder was. Gibt's Scheiß und so. Ah, das ist so süß. Ist der so süß. Hm. Mir ist nie aufgefallen, wenn du da warst. Kannst du mal noch achten? Nee, es ist eher anders. Also, nee, nee, was heißt anders? Aber jetzt nicht irgendwie besonders wenig. Boah, wat? Direkt ein Pink drin. Oh, ich hab ihn ja so in der Mitte. Yay. Wir haben keinen Tank, wir haben keine Frontline. Oh. Nee. Nice. Hat der Toplaner ja richtig mitgedacht. Also da war gerade schon Pink drin, den hab ich auch mittlerweile beseitigt. Bonus Gold. Hm. Direkt zu Anfang. Wieso willst du nicht mehr spielen, Schatzi? Mich hat ein Tornado getroffen. Ist eher so. Ja, aber er soll mich nicht treffen. Dann bewege dich. Irgendwie macht mich das voll aggressiv, wenn ich diesen Moment in der Luft geworfen werde. Das ist einfach nur mega nervig. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ich soll damit aufhören. Jetzt schon der Jungler. Wuhu. Hm. Die Szen hat Early Gang Potential. Naja, der braucht nur noch Level 2. Hat ihm aber nicht viel gebracht. Wenn er jetzt weiter junglen geht, könnte ich ihn ganken. Aber erstmal hier Cover machen. Hatte der Red schon? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja. Kotz mal. Ich finde den voll süß irgendwie. Okay, jetzt in der Windwall schon mal raus. Hast du Stun ab, Schatz? Gleich? Ja, jetzt. Ich komm ran. Mach mal. Oh je, du Pfosten. Aber egal. Unser Gang war besser als deren Gang. Weil ich jetzt einfach, weil ich jetzt nochmal rankomme. Der scheint hier kein Ward zu haben. Kannst du es dann? Doch. Hat er. Oh Leute. Ich kann jetzt nicht jede Lane dann entsprechen. Einmal dann. Oh. Da ist ein. Lee Sin. Oh, ich habe keinen Mana mehr gehabt. Das gibt es da nicht. Ja, das war aber vorher super. Okay. Oh, ich habe es noch getroffen. Yay. Irgendwie verwöhnt. Ich mag es eigentlich nicht, mit Fremden zu spielen. Unser Top-Liner will ja nicht mehr. Er hat uns einfach verlassen. Ich kann sagen, es ist ja nicht immer noch ein TS. Ja. Weißt du, nicht mitspielen wollen, aber noch ein TS hängen. Krass. Richtig mess. Weißt du, weißt du, das ist hier. Das ist aber nicht kollegial. Es sind alle traurig, dass du nicht mehr da bist. Oder die sind gleich wieder da. Und die Trauer wandelt sich in Ruhe. Ja. Genau. Und Hass. Und Verachtung. Und rund. Meiner ist weg. Meiner ist weg. Ja, ich habe deswegen schon gepinkt, weil er gerade hochkommt schon. Ich dachte, der wäre zurückgeportet. Ich dachte, der wäre zurückgeportet. Wieso hast du deinen Namen geschrieben? Damit er zurückgeht, oder was? Attention. Attention. Ja. Ich finde... Ich finde... Ja, bitte. Och. Was denn? Ja, egal. Farm? Ja, nicht ein. Ja, ich hau doch nicht aus Spaß drauf. Du hast ja die Mitte, wo du... Ja, klar bin ich auf Farm angewiesen. Nein, damit entsp... Ich kriege keine Farm, weil ich eben entsprechend im Jungle bin und da keinen Farm habe, groß. Das heißt nicht, dass ich nicht auf Farm angewiesen bin oder ihn nehme, wenn er gerade so oder so am Tower ist. Heidi ist wieder gestorben, nachdem ich dann genau in dem Moment wieder zurück war. Das ist doch auch so ein Extra, oder? Oder spielt sie einfach nur? Die spielt einfach nur schlecht. Also wenn es danach geht, müsste ich die Top Plate einfach nur noch Dauer ganken. Komm schon. Bei wen ist es etwas? Die ist immer noch weg. Ja, gegen Drake immer. Ja, ich fühlst mich ein bisschen weg. Oh. Trotz allem, das war... ... alles zu sehen. War mir nicht so wirklich zum Farmen. Und... Ich komme gleich wieder in die Mitte. Ich sage, wenn du es dann abpasst, dann komme ich nämlich ran gerannt. Warte mal, ich renne hier unten lang. Jetzt habe ich es dann ab. Okay, kannst du rangehen? Moment. Das ist so auffällig. Jetzt. Ja. Hoffentlich sind die... Weil die mir hinterher gelaufen sind. Ja. Ich konnte mein Weh nicht mehr drücken. Was ist denn los? Aber der hat ein super geiles Timing. Muss man das sagen. Gut, ne? Macht es aber nicht... Macht es nicht besser vor. Denk mal, der Dingans kommt jetzt zu mir. Ja. Ich habe Teleport aber zur Not ab. Aber muss man wirklich neidlos sagen. Das hat er gut gemacht, unter dem Tower dann noch den... ... Change hinzukriegen. Ach ja, der ist so ein Goldspieler. Der Tower ist es wahrscheinlich weg. Ah, ich will nicht sterben. Was ist das denn für ein Ward? Ein Timo-Bärchen. Oh. Oh, knapp. Ich habe leider keinen Teleport ab, dass ich dazu kommen könnte. Der Lee Sinner ist auf dem Weg zu mir wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Ich komme aber gleich dazu. Hast du Stunt ab oder ähnliches? Nein, ich habe keinen Mana mehr. Okay, weil ich komme jetzt rein. Ich komme jetzt rein. Die haben mich gerade nämlich beide angegriffen. Ich kann nicht viel tun. Gar nichts. Ich kann auch nicht mal die Minions töten, ey. Sagen, hier ist ein Top-Laner unten plötzlich. Ne, der Top-Laner... Achso, von uns. Ja, okay. Ja, von uns der Top-Laner war auf einmal hier. Hat aber... Ja, okay, doch. Hat gesagt, hat Caitlyn markiert. Das habe ich aber so voll nicht mitbekommen. Ist die Krabbe noch da? Nein. Warte mal. Na ja, ich denke mal, ihr macht das schon. Müssen wir ja. Ja, schaffen wir. Du bist ja nicht dabei. Ja. Geh zurück. Das schaffen wir auch ohne Simon. Ihr auch. Und dann bis morgen oder die Tage. Ja, bis morgen. Krass, aber morgen ist Mittwoch. Bis Sie. Macht's gut. Ciao. Bis, ciao. Bis dann. Da ist ein der Su. Meiner ist... Ja, genau. Ach, der ist hinter mir. Ja, ja. Nice. Ja, das muss ich sehen. Wir kommen jetzt auch in die Mitte. Passt auf. Also, Sona weiß es noch nicht so genau, aber die sind nicht so in die Richtung. Die ist hier. Sona ist hier. Nein, komm zu mir. Direkt als Caitlyn. Ja, ja, alles gut. Oh, wie die Sona hat mich erwischt. Wie soll das denn funktionieren? Womit denn bitte? Der von der Top-Lane ist das, glaube ich. Der kommt jetzt auch runter. Der kriege ich noch ein bisschen Schaden bei ihm. Ich habe nur versucht, dir zu helfen, aber... Ja, wie gesagt, mit dem Weg konnte ich den Schuss ja relativ gut ablocken. Ich habe auch nicht verstanden, wie die Sona mich noch erwischt hat. So komplett gar nicht. Die Hunde anpiksen. Ja, nur die waren nicht in Range. Gar nichts. Die hat ja mit der Ulti mich nicht mehr erwischt. Achtung. So. Wo ist er ja so? Hier lang irgendwo. Also er hat einfach zurückgelaufen. Da ist er. Okay. Direkt? Ja, ja. Er will nicht. Der Drake ist da. Ja, bin auf dem Weg dahin. Er ist eine Sona? Ja. Wahrscheinlich nicht nur. Das ist, weil sie endlich nicht gesehen hat. Ja, dann lass mal. Dann kann er mal Ultis in den Busch rein machen. Ja. Dann wäre sie mich doof, wenn sie dann ganz fest stehen bleiben. Und ich muss unten mal die Welt weg. Auf den Pantheon müsst ihr jetzt aufpassen. Und der ist nämlich auch gar nicht mal so verkehrt. Noch 5 Stacks, dann ist Devora auch fertig. Mittels in der Sur und Punt. Hm. I see them. Sehr schön. Ist denn der Drag da? Dass die hier schon so alle so... Den haben wir gerade noch gemacht. Wo ist hier so alle, die so da hinkommen? Oh! Ähm, wir sind hier... ja. Ich glaube, das war der Plan. Guck einfach alle an, die hier hinkommen. Oh, der wird dann einfach stehen und guckt, ja. Was willst du von mir? Bin unterwegs. Dann können wir nämlich auch reingehen. So, ruhig heute hier. Ja, Deadline. Das ist ja auch ein spontaner Stream. Nein, der hat mich ge... Nicht eher sie. Bin auf mich, bin auf mich. Da kann ich mich frei noch erwischt. Wo ist denn das Hiki? Erst wenn Niki wieder... jetzt hat's Diki wieder Stun, oder? Nein. Hiki hat wieder... Ach nee, du hast... Einfach nur die Dings. Ich hab manche was noch lange nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir müssen den Niki dann entsprechend fokussen. Versuchen, weil er nicht so weit hinten ist. Nicht wann Tibbas jetzt hätte, ey. Und wie lange brauchen wir auch noch, bis er hier ist? Ich renne, ich bin doch gerade erst wieder am Leben. Boah, ich bin nicht Fratze. Ihr dürft euch nicht so poken lassen. Das kann doch gar nicht poken. Alles klar. Wie gesagt, auf ihn dann... Machst du mich groß? Oh, na zoll, genau in die Falle. Ist klar. Nice. Ich mach die... holt ihr den Minutes ran. Ich mach die Minutes weg. Ich bin grad dabei. Draken... Ok, doch. Viel zu spät. Mitte pusht. Also, das könnt ihr dann auch in die Mitte roamen. Kann man das ganze tanken, wenn ihr draufhaut? Oder müssen wir alle... Nee, nee. Du hast zu wenig Leben, um zu tanken. Ich würd sagen, guck, boah, hält nix aus. Einfach, ich würd sagen, einfach in die Mitte roamen. Ich würd sagen, 1, 2 und du willst tanken? Ja. Ich hol mir die Krabbe, dann bin ich nämlich auch stacked. So. Dann jetzt bitte pushen. Gott sagen, genau, hau deine... Hau die Wall raus, so früh es geht. Danke dafür. Ich glaub, ich hab immer dahinter meine Ulti gemacht. Kate, komm, ich hab kein Ward. Oh, das ist so... Na schon. Ich hab fast gesagt, das ist Sola schon. Oh. Na gut. Das war ein guter Trade. Boah, die Kai, der hat zu Recht 7 kills. Zu Recht 7 kills. Hat sie ja auch nur zu Recht. Aber Kylie halt Early-Game scheiße, aber die kann richtig, äh... Guck mal, ich kümmere mich um die Top-Late. Ja, lass mal zurück. Oder nee, Kylie ist schon da. Na, ich bin tot, ich hab nicht mehr. Und für wenigstens noch ein Killkriegen. Na, du hast dich schön gesehen. Ja. Ja. Report for stun. Oh lol, nice. Das war ein Dodge, ey. Der war geil. Du willst mich dann? Einfach nein. Und da ist... Noch noch zu wenig Schaden. Ne, aber der Dodge war wirklich... Der war echt... Der war echt schön. Jo, wann ist denn Greg wieder da? Ja. Oh. Drayki. Drayki. Das ist wie Tami. Tami. Drayki. Da fu- Da fu- Da fu-ki? Genau, fu-ki. Fu-kmi und fu-ku, oder wie war das? Daaaang. Soll ich einfach schon mal zum Break gehen oder nicht? Ja. Ich bin auch auf dem Weg. Wir hatten zumalweise keine Wards, aber... Tami stirbt. Tami stirbt. Tami stirbt. Ich, äh, fang... Ich weiß nicht, warum sie so weit nach hinten gegangen ist, aber... Hu 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 hu. Da kommen sie jetzt alle. Ozone auch. Niki, hast du... Hast du ein Ward oder sowas? Aber ich bin auch... Ja, wegen... Wegen Teleporter, aber... Ist schon okay. Ich schaff's auch so. Zeitlich. Okay. Turnaround und ran. Weil die wollen nämlich gerade Drake machen. Die haben Drake gemacht. Die sollten uns nur ablenken natürlich. Och, komm schon. Der scheiß Stun von Sona, ey. Nice, Niki, nice. Nice! Komm schon. Da ist noch einer, da ist noch einer. Oh. Ah, die Scheiß haben wir nicht. Kettchen hab ich nicht gekriegt. Bam. Mach das Ding da. Warum rennst du alleine so weit vor? Du musst Niki mit dem schon hinterher holen. Und so ist nicht, ne? Kannst du nicht eben schnell einen Tower machen? Und mal eben schnell. Na welchen denn? Oh. Den da? Na klar, den da. Hallo? Warum auch nicht? Ich hab die Minion Wave. Hol dir mal den Minion Wave genau. Du hast eilig eine B-Attacke. Schatz, Schatz. Ich versteh das nicht. Flaming, Flamme, Brennen, haha, Annie, Feuer. Ja. Wenn man witz erklärt, ist das ja nicht mehr lustig, Schatz. Weil er war vorher nicht lustig. Äh, doch schon. So ein bisschen. Oh. Wenden. Ja, Suo hat wohl keine Schnitte gegen Kaylee. Ja, Suo hat wohl keine Schnitte gegen Kaylee. Ja, Suo aber schon. Die Minions sind einfach zu schnell weg. Ich bin so schnell weg. Was ist mit Kati heute los? Ich find's lustig, aber trotzdem. Die war schon so komisch, als sie wieder kam. Weiß gar nicht. Komm da. Jetzt können wir bitte weiter pushen. Muss mir unbedingt diesen Champ kaufen. Guck mal. Ja. Ach, hattest du den nicht? Ist der freispielbar, oder? Der ist freispielbar. Momentan sind sehr viele von den ADCs freispielbar. Ausprobieren und so. Gib Leben ab. Schatz, willst du einen Blue haben? Ja. Wenn er da ist, geh in der Blue. Oh, wie schön. Hast du ihn jetzt schon wieder? Nein, ist nicht da. Hast du dich ja in Yasuo? Bitte. Einfach nicht mehr alleine. Bip, 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 bip. Oh, hundert Gold. Oh, hundert Gold. Sag, du gehst zurück. Sie stürmt wieder draußen. Ich hoffe, dass nächstes ging, dass ich einfach von deinen Dschungelmonstern töte, aber ich brauch noch ein bisschen Geld. Nee, nee. Also, mach das nicht. Ach, Quatsch. Schon lange voll. Aber was heißt lange? Seit fünf Minuten. Alles gut. Krass sagen, man muss ja schon nachfragen. Kann man? Ja, da hast du. Juhu. Ich mach erst und dann frage ich. Ah, ja. Ah, ja. Juhu. Okay, die Pushtop weiter. Keine Map-Awareness, aber ansonsten ist sie ja scheinbar irgendwo, wenn sie einmal die Items hat, irgendwo brauchbar. Oh, ich will. Ich komm dazu. Oh, ja. Ist das ne gute Ulti von Catelyn. Einfach auf ne Full-Life Kaylee. Leute, hier ist ein Double-Wars. Äh, passt auch. Geh zurück, die umzingeln uns. Ja, das hat die Kaylee auch mitbekommen. Ja, nur leider kann sie nämlich nicht hören. Sonst wär sie vielleicht schon früher zurückgegangen. Lasst uns hier rein, weil wir sind. Sonst sind sie um uns herum. Ich bin hier. Hallo. Hallo. Ey. Hey. Na, ich bin hier mal wieder zurück. Ich will lieber Seilen haben. Ich bin hier weg. Ja, was denn? Oh, gehen wir zum unteren Tower. Mach das. Schnell. Unterwegs. Niki, du bist da alleine vorne. Nein. Juhu. Mit 900 Sachen aus der Base. Wenn's permanent 900 werden, dann wär's beeindruckend. Das wär hammergeil. Das ist so meine, meine Janna, wenn ich die schnellsten Schuhe habe und Home Guard und... Wenn ich die auch irgendwie von, von drei Sekunden irgendwie... Da ist noch eine. Wenn du willst. Ich kusch mal unten weiter. Was an der Zone? Oh, Q ging nicht mehr raus. Naja, nicht schlimm. Drake ist ab, wenn ihr machen wollt. Ich werd da gleich hin teleportieren. 5, 0, 6. Hm? Du stirbst schon wieder nicht mit Ending, wo? Ich hätte gern mehr Kills. Da würd ich auch mehr Schaden machen. 7 Sekunden, dann kann ich per Teleport dazukommen. Hast du ein Wort? Da. Ja. Dann können wir dann Baron machen auch. Okay. Okay, die Selbstschuld. Schreib Baron und stirbt. Ja, ich jetzt auch. Brauch noch mehr Angriffskamp? Kommt ihr entgegen, ich äh... Danke. Bin auch da. Na, willst du wirklich ran? Get trapped. Get trapped! Also, Baron sollten wir jetzt nicht sofort machen. Wir brauchen erstmal ein paar Leute mitleben. Ich komme! Yeah! I'm running! Und jetzt mal Home Guard zu holen können. Ok. Und jetzt mal Home Guard zu holen können. So, Glockenau ist da. Wir können anfangen. Die Musik ist auch grade sehr dramatisch. dass du wieder sachen an die man die man technisch nicht verantworten darf doch doch klar ja dass man das machen kann doch damit berlin hör auf zu spuren so viel geld meine jetzt ist das ganze geld weg leute ihr beide habt mega viel farm ich bin noch die von euch am wenigsten hat und ihr lasst mir kein einziger fahrt 1038 das ist ein unterschied wer den skills rechnet die kills mit drauf ja sie hat trotzdem ja ich glaube ich bin auch viel kann die ist eigentlich eher das problem hat schon vor viel farm und vor viel kills und gibt trotzdem nichts ab also farm technische was macht mehr schatz du musst für mich jetzt nicht irgendwie nicht mir doch egal mache ich trotzdem ich glaube ich brauche hilfe und irgendwas wo das nicht her dann noch mehr angriff geschwindigkeit du bist wahnsinn du bist alleine hier lady ich will mitspielen ich auch die map sieht zu leer aus guck dir mal den jungle an guck dir mal die komplette map an ich habe das gefühl ich komme nicht mehr an wartet wartet ich habe den turbo angeschmissen das war eine weitere runde zocken mit den mädels oder rippen in der kluft neust das war das war das war das war